Hallo, da ist wieder der Norbert, heute aus dem Loris Diner. Hier kommt ein kleines Liedchen über einen Typen und derjenige weiß, dass er gemeint ist. Jeder fragt sich warum, da wird Angst und Bange und keiner nimmt den Grund, die Damenschlange ist ja lange. Eigentlich ist er zum Auslassen, dass er nicht das Schönste ist, das weiß er eh. Aber den Damen ist es wurscht, weil er hat einen Schmäh. Das Lied heißt, die Weiber stehen in Schlange.